Sie rechnen nicht mit uns, das sollten wir ausnutzen. Die Koreaner dürfen nicht merken, dass wir hier sind. Die werden nicht mal merken, was los ist. Mann, Psycho! Was soll das? Das hier ist eine Fette... Wir sehen uns dann unten! Ist uns G-Sog neuerdings Archäologen suchen? Es wird ein Spaziergang. Ich hab von diesem Typen gehört! Er muss was entdeckt haben, was das alles hier rechtfertigt! Von mir aus? Ich wette 50 Mäuse, dass wir nicht wegen diesem Hausendal hier sind. Achtung Team, bereit machen! Wir kriegen nicht viele Informationen! Das Headquarter wird auf die USS Constitution verlegt. Bis dahin müssen wir improvisieren. Schirme öffnen auf mein Kommando! Los! Was zum Teufel? Seht ihr das? Er hat das vermischt! Er hat sein Schirm verloren! Er ist weg! Mein verdammter Schirm ist weg! Ich hab keinen Reserveschirm mehr! Reißen Sie sich zusammen! Sie sind über Wasser! Ihr Anzug absorbiert den Aufprall! Phetisch! Nomad! Wie ist Ihr Status? Ich bin okay, aber mein Heart ist gestört! Was zum Teufel war das? Keine Ahnung, aber Sie haben die Landezone verpasst! Kommen Sie zum Strand! Bin unter Witz! Profit, ich bin jetzt am Strand! Sie sind ziemlich hart aufgeschlagen! Einige Funktionen Ihres Anzugs sind ausgefallen! Ich check das mal! Ihr Videosignal ist gestört! Ich versuche es neu zu kalibrieren! Alles klar! Ihr Anzug ist okay! Sie sind wieder online! Immer noch ein Zeichen von Aztek! Nomad! Stoßen Sie mit Chester zu Azteks Position vor! Prüfen Sie die Einsatzzielanzeige! Hat jemand die Landezone getroffen? Wo zum Teufel stecken Sie alle? Kommen! Hier ist Heiko! Bin gelandet und unterwegs! Chester am Boden! Rücke jetzt zur Landezone vor! Aztek! Ich hab Sie nicht auf dem Radar! Bitte kommen! Aztek! Bitte kommen! Shit! Aztek! Aztek! Benutzen Sie Ihren Schalldämpfer. Aufmerksamkeit mit freien Kontakt um 12 Uhr. Fahnenfeld aktiviert. Energie kritisch. Aufmerksamkeit mit freien Kontakt um 12 Uhr. Aufmerksamkeit mit freien Kontakt um 12 Uhr. Okay, Aztek, halten Sie durch. Hilfe ist unterwegs. Nomad, hier oben. Komm schon, wir müssen zu Aztek. Prophet, ich bin hier nicht allein. Was ist los, Aztek? KVA, Patrouille, vier Mann. Haben wir sie gesehen? Negativ, aber sie kommen her. Moment, da ist etwas. Aztek, was ist da los? Adressantissima. Aztek, Lagebericht, jetzt. Der Herr ist meine Hirte, der Herr ist meine Hirte, der Herr ist meine Hirte. Prophet, hilf mir! Nomad, Chester, helfen Sie ihm, schnell. Los, los. Zertönt, was ist das? Mann, was zum Teufel war denn hier los? Hörst du das? Mir gefällt das nicht, Mann. Ah, verdammter Mist! Chester, bitte kommen! Was ist mit Aztek? Er ist tot, Boss. Verdammt! Was zum Teufel ist da draußen los? Keine Ahnung, aber ich fürchte, wir sind nicht allein hier. Was ist da los? KVA? Negativ, Sir. Hier liegen vier Koreaner, aber Aztek kann sie unmöglich getötet haben. Diese Typen hat was anderes umgebracht. Die sind übel zugerichtet. Okay, erweisen Sie ihm die letzte Ehre und gehen Sie weiter. Wir treffen uns in der Landezone. Was ist mit Aztek, Sir? Sollen wir ihn einfach hier lassen? Negativ, ich regel das. Wir dürfen nicht zulassen, dass ein Anzug den Koreanern in die Hände fällt. Treten Sie zurück. Verdammt, daran werde ich mich nie gewöhnen. Adios, Amigo. Chester, Sie nehmen seine Ausrüstung und verwischen unsere Spuren. Nomad zur Landezone. Verstanden, Boss. Bin unterwegs, Prophet. Warten Sie, da vorne bewegt sich was. Umschalten auf K-Polus. Aktiviert. KVA-Patoilie, kümmern Sie sich darum. Aber leise, bitte. Karmfeld aktiviert. Energie kritisch. Karmfeld aktiviert. Nomad, ich hab den JSOG-Satelliten verloren. Unsere taktischen Systeme sind ausgefallen. Die KVA muss irgendwo in der Nähe einen Störsender betreiben. Finden Sie ihn und schalten Sie ihn ab. Roger, Prophet. Bin unterwegs. Wir haben am Strand KVA-Patrouillen geortet. Benutzen Sie Ihr Fernglas, bevor Sie den in die Arme laufen. Da ist eine große Sendeanlage. Da ist eine große Sendeanlage.